Berliner Platz Neu. Deutsch im Alltag. CD zum Arbeitsbuch 2. Kapitel 13. Das steht dir gut. 2. Was tragen Sie? Was trägst du? 2.1. Interviews. Thomas Urich. An meinem Arbeitsplatz muss ich immer korrekt gekleidet sein. Ich arbeite in einer Bank am Schalter. Meistens trage ich einen Anzug, weißes Hemd und Krabatte. Aber in meiner Freizeit ziehe ich gerne bequeme Kleidung an. Jeans, T-Shirt, Pulli. Jeans trage ich am liebsten. Daniela Schittger Bernhard Schmidt Ich trage in der Freizeit eigentlich die gleichen Sachen wie bei der Arbeit. Hose und Pullover passen immer. Ich mag keine Jeans oder modische Sachen. Ich bin bei der Kleidung ein bisschen konservativ. Die Farben sollen eher dunkel sein und zueinander passen. Kurze Hosen oder Jogginghosen trage ich nie. Und Sportschuhe mag ich auch nicht. Manchmal trage ich auch gerne einen Anzug mit Krawatte. In meiner Freizeit ziehe ich auch gerne flippig an. Bunte T-Shirts, lange Röcke, Schals und Ohrringe. Im Büro trage ich Rock und Bluse. Ich liebe gute Kleidung. Ich arbeite als Empfangssekretärin in einer großen Firma. Da brauche ich ein ordentliches Outfit. Oft trage ich auch Jeans und dicke Pullover. Am wenigsten mag ich Kostüme. Rock und Jacke in gleicher Farbe? So etwas trage ich nie. 7. Aussprache, Satzakzente 7.1 Ich kaufe meine Strümpfe immer im Supermarkt. Ich kaufe meine Strümpfe immer im Supermarkt. Ich kaufe meine Strümpfe immer im Supermarkt. Kapitel 14 Feste, Freunde, Familie 5 Familie und Freunde 5.3 Interview mit Frau Füllemann Frau Füllemann, wir wollten Ihnen ein paar Fragen zu Ihren Gewohnheiten bezüglich Geschenken und Wünschen stellen. Können Sie sich zunächst kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Angelika Füllemann. Ich bin 43 Jahre alt und arbeite als Lehrerin an einer Grunden Hauptschule. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe vier Kinder. Die sind zwischen 13 und 21 Jahren alt. Mit den Kindern gibt es ja viele Anlässe zu Geschenken. Zu welchen Anlässen machen Sie denn Geschenke? Hauptsächlich zu Weihnachten und an Geburtstagen. Und an Ostern gibt es meistens keine Geschenke, sondern nur Süßigkeiten. Und wie ist es bei Einladungen? Bei Einladungen bringe ich manchmal Blumen mit oder Pralinen oder solche kleinen Geschenke. Und wie sieht es mit den Wünschen aus? Was sind denn Ihre Lieblingswünsche bei Geburtstagen oder zu Weihnachten? Vor allem Bücher und auch gerne CDs. Danke. Bist du verheiratet oder lebst du allein? 2. Feierst du mit Freunden? Bleibst du zu Hause? Feierst du mit Freunden oder bleibst du zu Hause? 3. Schenken wir den Gutschein zusammen? Möchtest du Maike alleine etwas schenken? Schenken wir den Gutschein zusammen oder möchtest du Maike alleine etwas schenken? Schwierige Wörter Geschenkgutschein Geschenkgutschein Einen Geschenkgutschein Ich möchte einen Geschenkgutschein Geburtstagswunsch Mein Geburtstagswunsch Das ist mein Geburtstagswunsch Hochzeitsgeschenk? Ein Hochzeitsgeschenk? Hast du schon ein Hochzeitsgeschenk? Kapitel 15 Miteinander leben 4 Konfliktsituationen 4.1 Jetzt am Wochenende? Das geht nicht, weil ich da auf dem Schulfest bin Doch Für mich ist das sehr wichtig Weil ich bei der Organisation mitarbeite Tut mir leid, ich kann wirklich nicht Hast du Johann schon gefragt? 4.2 Das geht nicht, weil ich bei der Organisation mitarbeite Tut mir leid, ich kann wirklich nicht Hast du Johann schon gefragt? 6.2 Aussprache R Ich habe mir immer Fragen notiert Können Sie bitte langsamer sprechen? Können Sie das einfacher sagen? Das Zauberwort bitte öffnet Türen Dann geht alles leichter Testtraining 5 Hören Telefonansagen Sie hören fünf Ansagen am Telefon Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe Ergänzen Sie die Telefonnotizen Sie hören jeden Text zweimal Beispiel Hallo Dalia Du wolltest die Adresse vom Einwohnermeldeamt Das ist im Rathaus Und das Rathaus ist in der Hauptstraße 96 Ne, warte mal Nicht 96, sondern 69 Ja, 69 Nummer 1 Grüß dich Mario Hier spricht Anna Also Ich war im Internet Auf der Homepage der Bahn Der Zug von Hamburg nach Kiel Fährt um 9.30 Uhr Die Fahrkarten kosten 27 Euro pro Person Ruf mich bitte zurück Bis dann Nummer 2 Ja, Boris hier Ich hab schon wieder Geburtstag Äh, und diesmal will ich auch feiern Hast du am nächsten Samstag Zeit? Rufst du mich an oder schickst du mir eine Mail? Tschüss Nummer 3 Nummer 3 Die Praxis von Dr. Burger ist vom 10.3. bis zum 24.3. geschlossen In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretung Frau Dr. Kallmeier Telefon 0521 678900 Die Praxis von Dr. Kallmeier Die Praxis von Dr. Burger ist vom 10.3. bis zum 24.3. geschlossen In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretung Frau Dr. Kallmeier Telefon 0521 678900 Nummer 4 Hallo Dina Hier spricht deine Tante Anna-Marie Ich bin drei Tage in der Stadt und möchte dich gerne besuchen Heute ist es mir zu viel Aber morgen oder übermorgen habe ich Zeit Melde dich doch bitte Ich habe das Handy immer an Nummer 4 Guten Tag Herr Brasko Hier spricht Frau Luhmann von Berlin Immobilien Ich hätte da jetzt gerade eine Drei-Zimmer-Wohnung Sie ist sehr günstig Nur 350 Euro kalt Möchten Sie sich die Wohnung mal ansehen? Rufen Sie mich doch bitte bald zurück unter 344 389 Sprechen Sprechen Wir sitzen hier in einer Prüfung und möchten uns kurz kennenlernen Erzählen Sie uns bitte, wer Sie sind Formulieren Sie bitte sechs Sätze Als Hilfe haben Sie hier einige Stichwörter Als erstes stelle ich mich vor Mein Name ist Maike König Ich bin 30 Jahre alt Ich komme aus Pirmasens und lebe in Kassel Ich bin seit vielen Jahren Deutschlehrerin Ich arbeite bei Prolingua Ich spreche Deutsch und Englisch Meine Hobbys sind Kochen, Kino, Gitarre spielen und Joggen Kapitel 16 Schule und danach 5 Aussprache Satzakzent Neue Information 1a In zwei oder drei Jahren mache ich die Meisterprüfung Dann möchte ich einen eigenen Malerbetrieb haben 1b In zwei oder drei Jahren mache ich die Meisterprüfung Dann möchte ich einen eigenen Malerbetrieb haben 2a Jetzt bin ich Schwesternschülerin im zweiten Ausbildungsjahr und möchte dann Kinderkrankenschwester werden 2b Jetzt bin ich Schwesternschülerin im zweiten Ausbildungsjahr und möchte dann Kinderkrankenschwester werden 8 Pläne und Wünsche für die Zukunft 8.1 Berufsperspektiven Franz Hintermann Hallo Ich heiße Franz Hintermann Nach der Schule also nach dem Abitur genauer gesagt musste ich erstmal meinen Zivildienst machen Ich hatte Glück und fand eine Stelle beim Medienzentrum Das ist eine Institution die mit Jugendlichen Videoprojekte macht Das hat richtig Spaß gemacht und ich habe beschlossen daraus einen Beruf zu machen Ich habe mich bei einem Fernsehsender beworben und habe dann eine Ausbildung als Rundfunk- und Fernsehtechniker gemacht Nach drei Jahren habe ich meinen Abschluss gemacht Jetzt arbeite ich als Cutter das heißt ich schneide Tonmaterial für Radio- und Fernsehsendungen Später möchte ich mit Freunden ein Tonstudio aufmachen Sarah Weakley Ich heiße Sarah Weakley und mein Berufsziel ist Fotografin Die Schule hat mir nie so viel Spaß gemacht und nach dem Realschulabschluss war für mich Schluss Nach der Schule wollte ich erstmal was von der Welt sehen Ich bin für ein Jahr nach London gegangen und habe als Au-pair-Mädchen gearbeitet Ich bin dann gleich in London geblieben und habe mich an einer Kunsthochschule beworben Das Studium hat vier Jahre gedauert Nach meinem Abschluss bin ich zurück nach Deutschland nach Landshut in Bayern Zuerst habe ich bei einer befreundeten Fotografin gejobbt und auch schon ein paar eigene Aufträge bekommen Zurzeit mache ich ein Praktikum bei dem Fotografen Heinz Gruber Da lerne ich eine Menge dazu Mein Name ist Michael Krüger Ich bin Bäcker und Konditor Meine Berufsausbildung ist eine lustige Geschichte Nach dem Hauptschulabschluss habe ich nach einer Lehrstelle gesucht Eigentlich wollte ich was mit Autos machen Kfz-Mechaniker oder so aber ich habe keine Stelle gefunden Ich habe dann in einer Bäckerei angefangen Das hat sogar Spaß gemacht Nur das frühe Aufstehen war hart Mit 17 habe ich Rita kennengelernt Rita liebt Torten Und ich liebe Rita Ihr könnt euch sicher denken wie die Geschichte weitergeht Ich habe meine Lehre fertig gemacht Dann bin ich auf die Berufsfachschule für Konditoren gegangen Letztes Jahr habe ich meine Meisterprüfung gemacht Rita liebt immer noch Torten und ich liebe Rita immer noch Zusammen machen wir Kuchen, Torten und Nachspeisen für einen großen Partyservice in der Stadt Wenn wir genug Geld haben, möchten wir einen Kaffee aufmachen Schwierige Wörter Berufsausbildung Die Berufsausbildung Wie lange dauert die Berufsausbildung Zukunftspläne Viele Zukunftspläne Sie hat viele Zukunftspläne Sie hat viele Zukunftspläne Abschlusszeugnis Ein Abschlusszeugnis Hast du ein Abschlusszeugnis? Kapitel 17 Die neue Wohnung 1 Wohnungssuche Telefonat 1 Mollinger Guten Tag, Herr Mollinger Mein Name ist Murat Torul Ich rufe wegen Ihrer Wohnungsanzeige an Ja, die Wohnung ist noch frei Die Wohnung ist sehr interessant für uns Ja, sie ist auch sehr schön Sie können sie ja mal ansehen In Ihrer Anzeige steht, Sie suchen eine Einzelperson Ja, wissen Sie, es geht uns um die Ruhe Wir sind Rentner und Naja, wir sind sicher eine ruhige Familie Unsere Kinder sind ja auch schon 10 und 13 Jahre alt Äh, also, ich glaube, das ist nichts für Sie Die Wohnung ist Ihnen sicher zu klein Kann ich sie mir vielleicht mal ansehen und dann Wissen Sie, ich denke, das macht für Sie wenig Sinn Ähm, also, wir haben natürlich nichts gegen Kinder Aber Na gut, ich verstehe schon Dann, vielen Dank Wiederhören Wiederhören Telefonat 2 Mathilde Stetzer Guten Tag, Frau Stetzer Mein Name ist Magda Malevich Ich rufe wegen Ihrer Anzeige an Ist die Wohnung noch frei? Ja, die ist noch frei Ich mache hier für zwei Jahre eine Ausbildung Und suche eine möblierte Wohnung Weil ich mir nicht alles neu kaufen will Das steht ja in der Anzeige Die Wohnung hat ein Bett Die komplette Küche Esstisch und so weiter Eine Couch und einen Sessel im Wohnzimmer Vorhänge gibt es auch Gibt es auch eine Waschmaschine? Nein, aber es steht eine Waschmaschine von uns im Keller Die können Sie auch benutzen Solange Sie keine haben Das hört sich ja ideal an Kann ich mal vorbeikommen und mir die Wohnung ansehen? Ja, klar Also, wann möchten Sie kommen, Frau? Wie war Ihr Name? Malevich Passt es Ihnen morgen Nachmittag? Nach fünf ist okay Ja, das passt mir auch Und wie komme ich zu Ihnen? Sechs Aussprache Rhythmus Sechs eins Wohnen und Zimmer Das Wohnzimmer Bücher und Regal Wohnzimmer und Tisch Der Wohnzimmertisch Miete und Preis Der Mietpreis Kapitel 18 Mobil in der Stadt 1 Verkehrsmittel 1, 2 1 Sehr geehrte Fahrgäste Die S8 in Richtung Flughafen wird wegen einer Betriebsstörung am Hauptbahnhof 22 Minuten später ankommen Ich wiederhole Die S8 Richtung Flughafen hat 22 Minuten Verspätung 2 Sehr verehrte Fahrgäste Am Bahnsteig 5 Der verspätete Intercity Express 502 von Basel nach Dortmund wird heute auf Gleis 3 einfahren Ich wiederhole Der verspätete Intercity Express von Basel nach Dortmund wird in wenigen Minuten auf Gleis 3 einfahren 3 Guten Tag Frau Strunk, hier spricht Herr Palme Frau Strunk, ich hatte ein Problem mit dem Auto Deshalb kann ich nicht pünktlich zum Termin da sein Ich komme jetzt mit der U-Bahn Ich bin in etwa 30 Minuten bei Ihnen 4 Sie sind verbunden mit dem Bürgeramt Neckerhausen Leider rufen Sie außerhalb unserer Geschäftszeiten an Wir sind für Sie zu diesen Zeiten da Am Dienstag und Mittwoch von 9 bis 12 Uhr und am Donnerstag von 9 bis 17 Uhr Montags und freitags ist das Bürgeramt Neckerhausen geschlossen Ich bin Lehrerin und wohne in einem kleinen Ort auf dem Land Meine Schule ist in der Stadt, etwa 10 Kilometer weit weg Ich würde gern mit der Straßenbahn in die Schule fahren Aber das ist total umständlich und dauert ewig Ich muss dreimal umsteigen Deshalb fahre ich mit dem Auto Das geht schneller Da brauche ich nur 20 Minuten, wenn kein Stau ist Wenn ich aber in der Stadt einkaufen möchte, dann nehme ich immer die Straßenbahn Die fährt direkt in die Innenstadt Und das Parken kostet ja heute schon mehr als ein Fahrschein Ja, und wenn ich bei mir im Ort einkaufe, dann nehme ich fast immer das Fahrrad Die Straßen im Dorf hier sind eng und mit dem Auto ist es oft schwer, an den geparkten Autos vorbeizukommen Mein erstes Auto? Daran kann ich mich noch gut erinnern Ich ging noch in die Schule und wollte unbedingt ein Auto Deshalb habe ich immer in den Ferien gejobbt und Geld gespart Mit 18 habe ich dann meinen Führerschein gemacht Meine Eltern hatten kein Geld, deshalb musste ich ihn selbst bezahlen Gleich am Tag nach der Führerscheinprüfung habe ich mir ein Auto gekauft Einen VW Käfer für 900 D-Mark Das sind heute ungefähr 450 Euro Das Auto hatte schon 120.000 Kilometer Aber noch zwei Jahre TÜV und war ganz in Ordnung In meiner Klasse war ich der Erste mit einem eigenen Auto Interview 2 Zu meinem 21. Geburtstag Im Mai 2002 habe ich das alte Auto von meinem Vater geschenkt bekommen Das war ein Opel Astra Leider war das Auto ziemlich kaputt Deshalb war es eigentlich mehr in der Werkstatt als auf der Straße An den Sommerwochenenden bin ich oft mit Freunden zum Baden gefahren Und ich habe immer jemanden mitgenommen, der sich mit Autos auskennt Falls es wieder eine Panne hat Im Winter war es dann ganz kaputt und wurde verschrottet Ich war total traurig Den Sommer mit meinem ersten Auto vergesse ich nie Interview 3 Ich fahre immer noch mein erstes Auto Das ist ein Volvo V70 Er ist jetzt ungefähr 16 Jahre alt Aber tip top Deshalb kaufe ich mir auch keinen neuen Ich habe das Auto damals neu gekauft Und mit einem Bankkredit finanziert Den Führerschein hatte ich schon länger Aber vorher konnte ich mir kein eigenes Auto leisten Meine Eltern hatten ein Auto und mein Bruder auch Deshalb habe ich zuerst auch gar kein eigenes Auto gebraucht Aber dann habe ich einen neuen Job bekommen Und ich bin mit meiner Frau aufs Land gezogen Ich musste jeden Tag in die Arbeit fahren Da war es wichtig, dass das Auto zuverlässig funktioniert Brauchst du Brauchst du noch einen Fahrschein? Benutzt du Benutzt du Benutzt du heute dein Fahrrad? Schreibst du Schreibst du deine Adresse auf? Darfst du Darfst du hier parken? Schwierige Wörter Scheibenwischer Den Scheibenwischer Ich muss den Scheibenwischer wechseln Ich muss den Scheibenwischer wechseln Tankstelle Eine Tankstelle Ich suche eine Tankstelle Parkplatzprobleme Parkplatzprobleme Oft Parkplatzprobleme In der Stadt hat man oft Parkplatzprobleme Testtraining 6 Testtraining 6 Hören Radioansagen Sie hören fünf Informationen aus dem Radio Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe Kreuzen Sie an A B oder C Sie hören jeden Text einmal Beispiel Guten Morgen meine Damen und Herren Heute ist Montag der 21. Dezember Es ist 5 Uhr NDR 2 Die Nachrichten Berlin Die Bundesregierung hat beschlossen ihre Bundestagsplätze von nun an Nummer 1 Und nun das Wetter Heute Nachmittag bewölkt und stellenweise Schneefall In der Nacht klart der Himmel dann auf Morgen wird es dann sonnig, aber kalt Höchsttemperaturen morgen um 2 Grad Tiefstemperaturen in der Nacht minus 2 bis minus 5 Grad Nummer 2 Und hier noch eine Information zum Bahnverkehr Wegen technischer Probleme fahren die Intercity-Züge nach München in Mannheim heute mit einer Verspätung von 30 bis 45 Minuten ab Die Verbindungen aus Richtung Freiburg fahren normal Genauere Informationen bekommen Sie unter der Telefonnummer 0180 599 6633 Nummer 3 Es ist 14 Uhr 25, Radio FDH Newsticker Kabinett beschließt weitere Steuererhöhungen 2.000 Raucher demonstrieren in Berlin gegen das Rauchverbot auf Bahnhöfen Das Wetter sonnig und warm Die nächsten kompletten Nachrichten auf Radio FDH in 30 Minuten um 14.55 Uhr Nummer 4 Und nun wie immer samstags unsere Preisfrage Was ist der Lieblingssport der deutschen Frauen? A. Tennis B. Schwimmen C. Fussball Rufen Sie an und gewinnen Sie eine Probestunde in einem Fitnesscenter Nummer 5 Und nun die Lottozahlen der Mittwochsziehung 6 16 26 34 45 48 Zusatzzahl 12 Ich wiederhole 6 16 26 34 45 48 Zusatzzahl 12 Diese Angaben sind wie immer ohne Gewehr Kapitel 19 Das finde ich schön 1 Wer ist das? 1,5 Wiederholung Besuch von den Eltern Hier wohne ich Das ist mein Zimmer Und gleich daneben ist unsere Küche und unser Bad Gegenüber wohnt Theo mit seiner Freundin Möchtet ihr eure Jacken aufhängen? Hier ist unsere Garderobe Ach, das ist jetzt eure Garderobe? Früher hat das in unserem Badezimmer gehangen Kennst du noch die Regale von deiner Freundin Inge? Sie hat mir ihre Regale für mein Zimmer geschenkt Und auch ihre Stühle Interessant Wie schön Das ist ja die Lampe von deiner Großmutter Deinen Schreibtisch kenne ich auch Der ist bestimmt schon 45 Jahre alt Und hier finde ich endlich unsere Bücher Und hier unser Fotoalbum Das gehört mir Das hat mir mein Vater geschenkt Dein Ehemann Also gut Hier sind deine Handtücher Und deine Bettwäsche Sabine schenkt dir ihre Blumen Weil sie ein Jahr ins Ausland geht Und von uns bekommt ihr noch Drei Flaschen Wein zu eurem Einzug Zwei Adjektive vor dem Nomen Zwei, vier Aussprache wiederholen Eins Billig Freundlich Amerikanisch Wichtig Schriftlich Pünktlich Lustig Ausländisch Sonnig Täglich Spanisch Farbig Vorsichtig Richtig Mündlich Asiatisch Asiatisch Ruhig Ruhig Zwei Billig Ein billiges Radio Schriftlich Prüfung Eine schriftliche Prüfung Wichtig Ein wichtiges Gespräch Ein wichtiges Gespräch Ein freundlicher Verkäufer Ruhig Eine ruhige Musik Ausländisch Ausländisch Ein ausländisches Geldstück Vier Aussprache Schwaches E Eine Einer Einer Einen Hier ist eine grüne Hose und ein blauer Pullover Große Große Größer Großen Wir haben eine große Küche und einen großen Balkon. Schnelle Schneller 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 Schnellen Mein Auto ist etwas kleiner als ein schneller Porsche. Fünf Thema Schönheit Fünf Eins Beruf Hotelkauffrau Moment, ich sehe mal nach. Ja, in der Zeit haben wir noch was frei. Gut, ich notiere. Ein Doppelzimmer für zwei Personen, vom 6. März bis zum 6. März. Bis zum 8. März. Geht in Ordnung. Ich habe für Sie gebucht. Auf Wiederhören, Herr Augustin. So, jetzt habe ich Zeit. Ich arbeite als Rezeptionistin hier im Hotel Ambassador. Die Rezeption ist die Visitenkarte eines jeden Hotels. Natürlich braucht man dabei entsprechende Umgangsformen und die entsprechende Kleidung. Mein Outfit am Arbeitsplatz muss immer sehr gepflegt und seriös sein. Ich trage meistens ein weiße Bluse mit einem grünen Seidenschal und dazu einen einfarbigen Rock. Oft dunkelblau. Gelb und blau, das sind nämlich die Farben von unseren Hotels. Manchmal trage ich auch einen Hosenanzug. Auch in dunkelblau oder grau. In Jeans oder T-Shirt dürfte ich nicht zur Arbeit kommen. Auch in einem bunten Pullover oder einer lässigen Strickjacke dürfte ich nicht an der Rezeption arbeiten. Früher habe ich in meiner Freizeit gern bequeme Sachen getragen. Sozusagen als Ausgleich zu meiner seriösen Berufskleidung. Aber heute ziehe ich mich auch in der Freizeit gerne modisch und elegant an. Ich finde, das passt am besten zu mir. Entschuldigung, ich muss wieder an die Arbeit. Hotel Ambassador, mein Name ist Regine Kmentz. Kapitel 20 Komm doch mit! 5 Aussprache S, SP, ST, SCH, Z, CH Sich schminken Sich schön anziehen Sie schminkt sich und zieht sich schön an. Sich streiten Sich gestritten Sich gestritten haben Sie haben sich auf der Party gestritten. Tanzen Zusammen tanzen Sie tanzen Sie tanzen den ganzen Abend zusammen. Sprechen Sprechen Gesprochen haben Sie haben nur Deutsch gesprochen. Hier liegt ein Handy. Ist das deins? Ja, das ist meins. Zwei Ist das Olgas Tasche? Ja, das ist ihre. Drei Ist das euer Plakat? Nein, unseres hängt doch an der Wand. Vier Kannst du mir mal dein Handy leihen? Ich hab zurzeit keins. Ich hab meins verloren. Fünf Wem gehört der Kuli? Frag mal Kasimir. Ich glaube, das ist seiner. Sechs Kasimir, ich hab einen Kuli gefunden. Oh, wirklich. Vielleicht ist das meiner. Sieben Gehört das Buch hier dir? Nein, das ist nicht meins. Das gehört Yongmin. Acht Ich hab zwei Karten für ein Jazzkonzert. Willst du mir eine verkaufen? Herr Bolt, haben Sie Lust, am Freitag mit mir ins Kino zu gehen? Was kommt denn? Ich möchte mir Dr. Chivago ansehen. Das ist ein Kinoklassiker. Den kenn ich leider schon. Aber ich hatte vor, am Samstag in ein Konzert zu gehen. Im Bluesclub spielt die Reinhard-Jazz-Band. Hätten Sie Lust? Lust schon. Aber was kostet das? Fünfzehn Euro. Fünfzig Euro? Das ist aber sehr teuer. So viel kann ich nicht ausgeben. Nein, nein. Fünfzehn Euro. Und ich würde Sie auch gern einladen. Das ist aber nett. Vielen Dank. Und wann fängt das Konzert an? Um einundzwanzig Uhr. Sollen wir vorher noch etwas essen gehen? Ja, tolle Idee. Guten Tag, Sabaita. Was ist denn mit dir los, Tian? Du siehst ja furchtbar aus. Ach, mir geht es auch nicht gut. Ich fühle mich einfach nicht mehr wohl hier. Ja, aber warum denn? Weißt du, ich bin jetzt schon zwei Jahre in Deutschland und kenne fast keinen Deutschen. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Und was hast du denn bisher schon gemacht? Naja, ich habe so wenig Zeit. Die Arbeit, der Sprachkurs. Machst du Sport? Ja, ab und zu jogge ich. Früher habe ich Fußball gespielt. Da lernst du natürlich niemanden kennen. Warum gehst du nicht in einen Verein? Es gibt so viele Vereine hier und die sind glücklich, wenn neue Mitglieder kommen. Meinst du? Da kenne ich doch auch niemanden. Aber das ändert sich schnell. Versuch's doch mal. Vielleicht hast du recht. Dialog 3 Anne Brüsecke? Guten Abend, Frau Brüsecke. Hier spricht Lena Tim. Ach, guten Abend, Frau Tim. Wie geht es denn Ihrer Tochter? Deshalb rufe ich an. Sie machen doch am Freitag den Ausflug in den Zoo. Ja, wir treffen uns um 9 Uhr in der Schule. Ich glaube, da kann Lena nicht mitkommen. Oje, das ist aber schade. Ja, wirklich schade. Aber sie hat heute noch Fieber und der Arzt sagt, sie darf nicht vor Montag in die Schule. Na ja, da kann man nichts machen. Da fällt mir ein, die Klasse 3b macht den gleichen Ausflug eine Woche später. Vielleicht kann sie ja da mitgehen. Ach, das geht. Das wäre schön. Aber jetzt müssen wir erstmal warten, bis sie wieder gesund ist. Das stimmt. Vielen Dank, Frau Tim, dass Sie mich angerufen haben. Auf Wiedersehen. Schwierige Wörter Volkshochschule An der Volkshochschule Ich mache Kurse an der Volkshochschule. Freitagnachmittag Am Freitagnachmittag Treffen wir uns am Freitagnachmittag Mitgliedsbeitrag Mitgliedsbeitrag Der Mitgliedsbeitrag Wie hoch ist der Mitgliedsbeitrag? Kapitel 21 Arbeitssuche 1 Arbeitssuche 1-2 Zwei Dialoge Dialog 1 Hallo, Paul. Komm rein. Tag, Eva. Sitzt du schon wieder am Computer? Ja, morgen muss ich meine Bewerbungsunterlagen abgeben. Ich schreibe gerade meinen Lebenslauf. Warst du bei der Agentur für Arbeit? Nein, ich habe im Internet eine interessante Anzeige gefunden. Habe angerufen und soll sofort meine Bewerbungsunterlagen schicken, weil nächste Woche schon Gespräche sind. Dialog 2 Kruse Olschowski Guten Tag, Herr Kruse. Ich habe in der Zeitung Ihre Anzeige gelesen und bin an der Arbeit als Nachtportier interessiert. Ja, die Stelle ist noch frei. Wir brauchen für drei Monate eine Aushilfe. Haben Sie schon einmal in dem Bereich gearbeitet? Nein, aber ich habe schon häufig Nachtschicht gemacht und an der Rezeption im Krankenhaus geholfen. Das hört sich gut an. Können Sie morgen gegen 18 Uhr vorbeikommen? Kein Problem. Ich bin um 6 Uhr da. 3. Ein Telefongespräch Spedition Höhne, Sibylle Krämer. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Pasch. Ich rufe wegen der Anzeige an. Moment, Herr Pasch. Ich verbinde Sie mit dem Personalbüro. Eli Lorbach. Guten Tag. Mein Name ist Pasch. Ich rufe wegen der Anzeige an. Was kann ich für Sie tun, Herr Pasch? Ich habe ein paar Fragen. Brauche ich für die Stelle einen Führerschein? Nein, Herr Pasch. Wir suchen einen Beifahrer. Das heißt, Sie helfen beim Transport und Aufbau. Sie brauchen keinen Führerschein. Was meinen Sie genau mit handwerklicher Ausbildung? Haben Sie eine Ausbildung in einem handwerklichen Beruf? Schreiner oder so? Nein. Eigentlich habe ich gar keinen richtigen Abschluss. Ich habe aber ein paar Jahre als Verkäufer in einem Baumarkt gearbeitet. Was haben Sie da genau gemacht, Herr Pasch? Ich war Verkäufer in der Möbelabteilung. Da hatten wir viele Möbel zum selber zusammenbauen. Das ist doch prima. Dann sind Sie ja vom Fach. Ist denn die Stelle noch frei? Also kann ich mich noch bewerben? Natürlich. Schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen direkt an mich und schreiben Sie auf jeden Fall etwas über Ihre Arbeit im Baumarkt. Entschuldigung. Eine Frage habe ich noch. Was heißt Festanstellung? Sie haben drei Monate Probezeit. Wenn dann alles okay ist, bekommen Sie einen festen Arbeitsvertrag. Aha. Dann vielen Dank, Frau Lohrbach. Ich schicke Ihnen meine Bewerbungsunterlagen … Ich habe mich vor einem halben Jahr um eine neue Stelle beworben und hatte Glück. Ich bin jetzt fast 30 und war schon lange unzufrieden in meinem Job. Eine kleine Firma, ein kleines Büro, ein relativ schlechtes Gehalt und praktisch keine Karrieremöglichkeit. Dann war ich bei der Agentur für Arbeit. Sieben. Aussprache. Rhythmus 7.1 Beruf und Wunsch. Berufswunsch. Einen Berufswunsch haben. Gehalt und Erhöhung. Gehaltserhöhung. Eine Gehaltserhöhung fordern. 7.2 Aushilfe und Arbeit. Aushilfsarbeit. Eine Aushilfsarbeit machen. Bewerbung und Unterlagen. Bewerbungsunterlagen. Die Bewerbungsunterlagen abschicken. Testtraining 7. Hören. Alltagsgespräch. Sie hören ein Gespräch. Zu diesem Gespräch gibt es fünf Aufgaben. Ordnen Sie zu und notieren Sie den Buchstaben. Sie hören den Text zweimal. Beispiel. Guten Tag. Mein Name ist Florian Oti. Wir sind gestern hier eingezogen. Ach, guten Tag, Herr... Oti. Ja, also ich habe da noch eine Frage. Wie ist das mit dem Keller? Können wir da unsere Fahrräder abstellen? Erstmal herzlich willkommen. Ich bin Frau Braun. Also, die Räder lassen viele Mieter einfach vor dem Haus stehen. Aber lieber ist es mir, sie stellen sie in den Keller. Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei, Nummer vier und Nummer fünf. Ach, dann sind Sie die Hausmeisterin. Ja, genau. Wenn Sie ein Problem oder eine Frage haben, dann kommen Sie ruhig zu mir. Vielleicht kann ich Ihnen ja helfen. Das ist nett, Frau Braun. Ich hoffe, Ihnen gefällt es hier. Ja, ich fühle mich sehr wohl hier. Die Leute im Haus sind auch wirklich alle sehr nett. Haben Sie schon Ihre direkten Nachbarn getroffen? Sie meinen die Familie Klein? Ja, das sind sehr sympathische Leute. Frau Klein arbeitet in der Bäckerei vorne an der Ecke. Und Herr Klein ist Lastwagenfahrer. Er ist oft nicht da. Ja, ich habe ihn bisher noch nicht getroffen. Frau Klein hat schon einmal Handwerker für uns in die Wohnung gelassen. Da habe ich sie kennengelernt. Sie ist wirklich sehr hilfsbereit. Über Ihnen wohnt Frau Raphael. Sie ist schon 82 und wohnt seit 40 Jahren im Haus. Ihr Mann ist leider vor zwei Jahren gestorben. Wir helfen ihr ab und zu mit den Einkäufen. Da helfe ich natürlich auch gern, wenn mal Not am Mann ist. Sprechen Sie mich einfach an. Das ist aber nett von Ihnen. Ach, und eine Bitte noch. Sie hatten ja nach Fahrradabstellplätzen gefragt. Bitte stellen Sie Ihre Räder nie in den Hausflur. Es ist sowieso so eng hier. Und den Platz braucht Familie Schulz. Die wohnen neben uns hier im Erdgeschoss. Und sie haben Zwillinge. Naja, und für die brauchen sie natürlich auch so einen riesigen Kinderwagen. Geht in Ordnung. Ja, also, ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Frau Braun. Wiedersehen, Herr Oti. Die Leute im Haus sind auch wirklich alle sehr nett. Haben Sie schon Ihre direkten Nachbarn getroffen? Sie meinen die Familie Klein? Ja, das sind sehr sympathische Leute. Frau Klein arbeitet in der Bäckerei vorne an der Ecke. Und Herr Klein ist Lastwagenfahrer. Er ist oft nicht da. Ja, ich habe ihn bisher noch nicht getroffen. Frau Klein hat schon einmal Handwerker für uns in die Wohnung gelassen. Da habe ich sie kennengelernt. Sie ist wirklich sehr hilfsbereit. Über Ihnen wohnt Frau Raphael. Sie ist schon 82 und wohnt seit 40 Jahren im Haus. Ihr Mann ist leider vor zwei Jahren gestorben. Wir helfen ihr ab und zu mit den Einkäufen. Da helfe ich natürlich auch gern, wenn mal Not am Mann ist. Sprechen Sie mich einfach an. Das ist aber nett von Ihnen. Ach, und eine Bitte noch. Sie hatten ja nach Fahrradabstellplätzen gefragt. Bitte stellen Sie Ihre Räder nie in den Hausflur. Es ist sowieso so eng hier. Und den Platz braucht Familie Schulz. Die wohnen neben uns hier im Erdgeschoss. Und sie haben Zwillinge. Naja, und für die brauchen sie natürlich auch so einen riesigen Kinderwagen. Geht in Ordnung. Ja, also, ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Frau Braun. Wiedersehen, Herr Oti. Kapitel 22 Alltag und Medien 1 Bilder und Wörter 1 2 Hallo, hier ist Rüdiger. Du, ich kann dein Mittwoch nicht. Können wir unseren Termin auf Freitag verschieben? Bei mir geht's ab 14 Uhr. Ruf mich auf dem Handy an. 0173 744 6823. 2 Hallo, wir kommen am Samstag um 16.35 Uhr am Hauptbahnhof an. Kannst du uns abholen? Kannst du uns abholen? Wenn nicht, rufe doch bitte an und sag uns, mit welcher Buslinie wir fahren müssen. Herzliche Grüße, auch von Papa. 3 Guten Tag, hier ist Firma Winkelmann. Ihre Bestellung ist eingetroffen. Sie können die Ware während unserer Geschäftszeit abholen. Wir haben täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Samstag aber nur bis Mittag. Auf Wiederhören. 4 Mensch, du bist ja nie zu Hause. Uli macht am Samstag ein Fest und ich wollte mit dir hingehen. Wir müssen bis morgen Abend Bescheid sagen. Machst du das? Die Telefonnummer ist 360 96 450 Meld dich! 5 Aussprache Ich suche ein Buch für meine Tochter. Wie alt ist sie? 14 Sie mag Pferde. Ein Sachbuch? Ich weiß nicht. Vielleicht lieber einen Roman. Einen Liebesroman? Ja, das ist sehr gut. 8 Pro und Contra 8 2 Kostenloser Internetanschluss für jeden Bürger? 1 Da bin ich absolut dagegen. Was früher das Fernsehen war, ist heute das Internet. Kinder und Jugendliche sitzen stundenlang vor dem Computer und surfen. Das ist total passiv und ich halte das sogar für gefährlich. Wissen Sie denn, welche Inhalte da verbreitet werden? Im Internet gibt es ja noch viel mehr Gewalt als im Fernsehen. 2 Eine gute Idee. Ich bin täglich im Internet und informiere mich. Seitdem habe ich auch meine Zeitung abbestellt, weil die Nachrichten im Netz einfach aktueller sind. Und das Informationsangebot ist ja unerschöpflich. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass das Internet heute ein Bildungsfaktor ist und in jedes Klassenzimmer ein Internetanschluss gehört. 3 Auf jeden Fall. Und das bitte weltweit. Die meisten Telefonate mache ich über das Internet. Einkäufe erledige ich auch immer mehr über das Netz. Ich kann die Preise vergleichen und mir Erfahrungen von anderen Kunden, die das Produkt gekauft haben, gleich ansehen. Naja, die schnelle und aktuelle Information ist natürlich das Beste. Schwierige Wörter Zurückrufen? Sie zurückrufen? Kann ich sie morgen zurückrufen? Verkehrsmeldungen? Verkehrsmeldungen? Die Verkehrsmeldungen? Verstehst du die Verkehrsmeldungen? Computerunterricht Den Computerunterricht Findest du den Computerunterricht gut? Kapitel 23 Die Politik und ich 4 Aussprache Freundlich oder entschieden sprechen 1 1 A Das glaube ich nicht. B Wo hast du das gelesen? 2 A Stimmt das? B Wer hat das gesagt? 3 A Wie findest du das Schulsystem? B Das weiß ich nicht. 4 A Bitte hilf mir mal! B Wie heißt das deutsche Parlament? 5 A Seit wann ist die Berliner Mauer weg? B Weißt du das? 6 Wünsche und Meinungen Wahlrecht für Ausländer Das wird in vielen Ländern diskutiert. In manchen Ländern dürfen Ausländer zumindest bei Wahlen in der Gemeinde mitwählen. Wir haben Leute nach ihrer Meinung gefragt. Beispiel Ich finde nicht, dass Ausländer in Deutschland wählen sollen. Zuerst soll man hier eine längere Zeit gelebt haben. Und einen deutschen Pass haben. Und alle Rechte und Pflichten. Dann darf man auch wählen. Ich finde es in Ordnung, wie es ist. 1 Also, das ist eine schwere Frage. Menschen aus anderen europäischen Ländern haben ja heute schon teilweise das Wahlrecht. Und das finde ich auch gut. Aber bei Menschen aus anderen Ländern bin ich mir nicht so sicher. Zumindest sollte man ein paar Jahre, vielleicht fünf Jahre, in Deutschland gelebt haben, bevor man wählen darf. 2 Ich lebe seit zehn Jahren in Deutschland. Ich bin in fünf Vereinen. Ich interessiere mich für Politik und weiß sicher mehr als die meisten Deutschen. Ich engagiere mich und ich diskutiere mit. Aber ich darf nicht wählen, weil ich keinen deutschen Pass habe. Ich finde das ungerecht. Ich denke, wer hier länger als zwei Jahre lebt, sollte auch das Wahlrecht haben. Der Pass ist nicht so wichtig. 3 Also, ich wünsche mir, dass alle Ausländer und Ausländerinnen, die in Deutschland leben, bei den Gemeinderatswahlen mitwählen können. Bei den Landtagswahlen und bei den Bundestagswahlen bin ich mir nicht so sicher. Ich finde eigentlich schon, dass man den deutschen Pass beantragen sollte, wenn man da mitwählen möchte. Kapitel 24 Bei uns und bei euch 5 Schön, dass sie da sind Eindrücke in Deutschland Monika Uns ist am Wochenende was Blödes passiert. Wir waren beim Kollegen von meinem Mann eingeladen. Kommt doch so um acht vorbei, hat er gesagt. Wir haben zu Hause gemütlich gesessen und bis wir mit dem Bus da waren, war es fast neun. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie peinlich das war. An einem super fein gedeckten Tisch saßen sechs Leute und waren ziemlich ärgerlich. Die Vorspeise hatten sie schon gegessen. Und dann gab es Berge von Fleisch. Und ich esse doch kein Fleisch. Und wir hatten ja schon zu Hause gegessen. Ich habe dann ein bisschen Salat gegessen. Aber irgendwie war dauernd eine komische Stimmung. Und die Leute haben mit mir geredet, wie mit einem Kind. Ja, die Deutschen sind pünktlich. Mir ist mal genau das Gegenteil passiert. Wir haben mal ein paar Freunde vom Sportclub zum Essen eingeladen. Und stellt euch vor, auf die Minute, genau um sieben Uhr standen die an der Tür. Fatima war noch beim Kochen und ich hatte noch nicht mal den Tisch gedeckt. Das war auch ziemlich peinlich. Zum Glück kannten sich alle und haben sich unterhalten, bis das Essen fertig war. Eva. Hallo, Eva. Du siehst müde aus. Eva. Hallo, ihr zwei. Ja, ich bin total kaputt. Ich habe heute vier Wohnungen besichtigt. Und ich denke, das wird wieder nichts. Die Deutschen vermieten ihre Wohnungen lieber an Leute mit fünf Hunden als an eine Familie mit zwei Kindern. Dabei muss man schon froh sein, dass man einen Termin bekommt. Und was die alles wissen wollen. Bleiben sie länger in Deutschland? Sind sie verheiratet? Haben sie einen festen Arbeitsplatz? Man kommt sich manchmal vor wie bei der Polizei. Acht. Aussprache. Wortgruppenakzent. Rhythmus. Acht eins. Einen Spaziergang machen. Um die Welt reisen. Im Park ein Picknick machen. Den Sommer genießen. Schwierige Wörter. Jahreszeiten. Den Wechsel der Jahreszeiten. Ich mag den Wechsel der Jahreszeiten. einen Blumenstrauß. Den Gastgebern einen Blumenstrauß. Man gibt den Gastgebern einen Blumenstrauß. Testtraining 8 Hören Teil 1 Sie hören fünf Ansagen am Telefon. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Ergänzen Sie die Telefonnotizen. Sie hören jeden Text zweimal. Beispiel. Hallo Saskia. Hier ist Patricia. Du wolltest die Adresse vom Kindergarten. Also der evangelische Kindergarten ist gleich neben der Kirche in der Rathausstraße. Äh, warte mal. Wo habe ich denn die Hausnummer? Ah, hier. Also Rathausstraße 12 und die Telefonnummer ist 23 34 67. Nummer 1 Ja, guten Tag. Mein Name ist Bartels von der Firma Infotherm. Wir müssen im Auftrag der Hausverwaltung Ihre Heizung kontrollieren. Unser Techniker kommt am 18. Mai zwischen 8 und 12 Uhr zu Ihnen ins Haus. Wenn Sie nicht da sein sollten, dann geben Sie bitte Ihren Wohnungsschlüssel beim Hausmeister ab. Sollten Sie Fragen haben, so erreichen Sie uns unter der Nummer 0800 59 995. Ja, guten Tag. Mein Name ist Bartels von der Firma Infotherm. Nummer 2 Nummer 2 Hi Alex, ich bin's Murat. Ich rufe an, weil du gestern nicht im Kurs warst. Wir haben über das Fest am Samstag gesprochen. Wir fangen jetzt doch schon um 6 Uhr abends an, weil es besser ist für die Leute mit kleinen Kindern. Ich hoffe, du kannst so früh kommen. Zuschauen, du Schutzs Quandewen erst mal den Gesten dasselers mit monkey consultants People lack Informationen auf monthly und dem Trial outro Punkt 19 pastors poets frage ich euch technicians auf. Ich suche an, weil du gestern nicht im Kurs warst. Wir haben über das Fest am Samstag gesprochen. Wir fangen jetzt doch schon um 6 Uhr abends an, weil es besser ist für die Leute mit kleinen Kindern. Ich hoffe, du kannst so früh kommen. Ciao! Stadtsparkasse Ulm, Theresa Bloch. Ich rufe wegen Ihres neuen Girokontos an. Ich brauche von Ihnen noch ein paar Informationen. Können Sie mich bitte zurückrufen? Meine Durchwahlnummer lautet 9723. Und dann die 421. Danke. Stadtsparkasse Ulm, Theresa Bloch. Ich rufe wegen Ihres neuen Girokontos an. Ich brauche von Ihnen noch ein paar Informationen. Können Sie mich bitte zurückrufen? Meine Durchwahlnummer lautet 9723. Und dann die 421. Danke. Nummer 4 Hallo, Drina Schätzchen. Rate mal, wer da ist. Richtig, der liebe Jürgen, dein lieber Bruder. Ja, ich bin aus Halle zurück und würde dich gerne am Montag besuchen. Hast du Montagabendzeit? Ruf mich auf dem Handy an. 0178 98 57643. 0178 98 57643. 0178 98 57643. 0178 98 57643. Also, ich rufe wegen Ihrer Anzeige an. Also, ich rufe wegen Ihrer Anzeige an, wegen dem Fahrrad. Also, ich habe da ein Fahrrad und das würde ich gern verkaufen. Also, ich hätte gern 35 Euro dafür. Es ist 10 Jahre alt, aber fast neu. Rufen Sie mich doch bitte an. Die Nummer ist 089 35 65 32. Ja, guten Tag, Herr Rusch. Hier spricht Brandl. Alois Brandl. Also, ich rufe wegen Ihrer Anzeige an, wegen dem Fahrrad. Also, ich habe da ein Fahrrad und das würde ich gern verkaufen. Also, ich hätte gern 35 Euro dafür. Es ist 10 Jahre alt, aber fast neu. Rufen Sie mich doch bitte an. Die Nummer ist 089 35 65 32. Teil 2 Sie hören 5 Informationen aus dem Radio. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel Und hier noch der Filmtipp der Woche von Weiche Welle Westfalen. Im Atlantikkino in Bielefeld läuft der Filmklassiker Der dritte Mann vom kommenden Donnerstag an. Aber Achtung, der Film läuft nur fünf Tage bis zum Dienstag. Zeiten jeweils 18 und 22 Uhr. Nummer 6 Hier ist der Norddeutsche Rundfunk. Nach den Nachrichten folgt unser Mittagsmagazin. Um 2 Uhr dann Seesternchen. Das beliebte Kinderprogramm. Ab 15 Uhr dann ein Hörspiel zum Thema... Nummer 7 Unser aktueller Verkehrshinweis Wegen des Heidelberger Herbstes gibt es im Stadtzentrum keine Parkmöglichkeiten mehr. Kommen Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln und parken Sie am neuen Messplatz. Von dort gibt es einen kostenlosen Busverkehr ins Stadtzentrum. Nummer 8 Und hier nun der Wetterbericht. Heute noch warm, aber sehr windig. Ab morgen dann kaum noch Wind, aber nur noch herbstliche 12 Grad. Nummer 9 Hier ist der Rundfunk Berlin-Brandenburg mit einem Hinweis für die Fahrgäste der Berliner S-Bahn. Wegen technischer Probleme fahren diese Woche keine S-Bahnen zwischen Hauptbahnhof und Westkreuz. Es gibt einen Ersatzverkehr mit Zügen. Nummer 10 Für das Konzert von Silbermond heute Abend in der Stadthalle Offenbach verlosen wir noch vier Karten. Ihr müsst nur die Antwort auf folgende Frage wissen. Wie heißt die Sängerin der Band? Jetzt die 0800-887-6652 anrufen und gewinnen. Teil 3 Sie hören ein Gespräch. Zu diesem Gespräch gibt es fünf Aufgaben. Ordnen Sie zu und notieren Sie den Buchstaben. Sie hören den Text zweimal. Beispiel Hallo, Klaus. Schön, dich zu sehen. Tag, Anke. Na, schon ausgeschlafen nach der Abiturparty gestern? Naja, nicht so wirklich. Aber ich fahre doch morgen für ein Jahr nach Australien. Work and Travel. Da muss ich unbedingt noch packen. Was ist das denn? Na, das ist so ein Programm. Da arbeitet man an ganz unterschiedlichen Orten. Und zwischendrin kann man dann reisen. Ich freue mich schon sehr darauf. Nummer 11, Nummer 12, Nummer 13, Nummer 14 und Nummer 15 Ja, klingt toll. Da beneide ich dich richtig. Ich muss erst mal meinen Eltern im Laden helfen. Weißt du, ich brauche das Geld dringend. Ja, klar. Weißt du eigentlich, was Tanja jetzt so macht? Na, du kennst doch Tanja. Die hat noch gar keinen Plan, will sich erst mal Zeit nehmen. Und sie hat ja auch das Glück, dass ihre Eltern genug Geld haben. Da kann sie sich das leisten. Typisch, Tanja. Aber Ben hat doch bestimmt was Tolles vor, oder? Ja, der will als Au-pair in die USA gehen. Stell dir vor. Er meint, er findet kleine Kinder klasse. Und Amerika hat ihn immer schon gereizt. Da bin ich ja neugierig, wie ihm das dann gefällt. Und weißt du auch, was Hannes sich vorgenommen hat? Der macht erst mal Zivildienst im Altenheim. Irgendwie hat er ja einen guten Kontakt zu alten Menschen. Er hat ja auch einen sehr sympathischen Opa. Aber die Arbeit in so einem Heim wird sicher hart. Hm, das glaube ich auch. Und was machen die anderen Mädchen so? Was ist mit Carolina? Carolina? Die wollte doch sofort an die Uni gehen. Medizin studieren, glaube ich. Gut, in der Schule war sie ja. Aber ob sie auch eine gute Ärztin wird? Ich hab da so meine Zweifel. Na, man wird sehen. Wir müssen auf jeden Fall nächstes Jahr ein Klassentreffen machen. Ja, find ich auch. Tschüss dann, ich muss los. Tschüss und viel Spaß in Australien. Schreib mal. Ja, klingt toll. Da beneide ich dich richtig. Ich muss erst mal meinen Eltern im Laden helfen. Weißt du, ich brauche das Geld dringend. Ja, klar. Weißt du eigentlich, was Tanja jetzt so macht? Na, du kennst doch Tanja. Die hat noch gar keinen Plan, will sich erst mal Zeit nehmen. Und sie hat ja auch das Glück, dass ihre Eltern genug Geld haben. Da kann sie sich das leisten. Typisch, Tanja. Aber Ben hat doch bestimmt was Tolles vor, oder? Ja, der will als Au-pair in die USA gehen, stell dir vor. Er meint, er findet kleine Kinder klasse. Und Amerika hat ihn immer schon gereizt. Da bin ich ja neugierig, wem das dann gefällt. Und weißt du auch, was Hannes sich vorgenommen hat? Der macht erst mal Zivildienst im Altenheim. Irgendwie hat er ja einen guten Kontakt zu alten Menschen. Er hat ja auch einen sehr sympathischen Opa. Aber die Arbeit in so einem Heim wird sicher hart. Hm, das glaube ich auch. Und was machen die anderen Mädchen so? Was ist mit Carolina? Carolina? Die wollte doch sofort an die Uni gehen. Medizin studieren, glaube ich. Gut, in der Schule war sie ja. Aber ob sie auch eine gute Ärztin wird? Ich hab da so meine Zweifel. Na, man wird sehen. Wir müssen auf jeden Fall nächstes Jahr ein Klassentreffen machen. Ja, finde ich auch. Tschüss dann, ich muss los. Tschüss und viel Spaß in Australien. Schreib mal!